yo leute willkommen zu einer neuen folge feiern dem heroes und wir machen heute mal einen leichten kampf weil ich möchte unbedingt das los geht's es 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 Und zack, genau drei Schaden. Level up. Und zack, genau drei Schaden. Und zack, genau drei Schaden. Und zack, genau drei Schaden. Und besiegt. Und zack, genau drei Schaden. Und zack, genau drei Schaden. Und zack, genau drei Schaden. Ich habe die zweite Stufe doch schon gemacht. Und zack, genau drei Schaden. 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 Und dann mit dem gehen. Nee, falsch herum. Tiki muss als erstes hin. Und zack, genau drei Schaden. Ich greife einfach direkt an. Ich greife einfach direkt an. Ist mir scheißegal. Okay, ich habe die OP-Macht. Oh, ja. Ja, 31 Schaden. Ja, genau. Als wäre es schon heftig genug. Zwei Züge. Zwei Züge. Ja. Zwei Züge. Ja. Zwei Züge. Zwei Züge. okay ich will das jetzt auch wenn das jetzt langweilig Eigentlich ist es mir scheißegal, ich mach das jetzt. Mein Schatz. Ich versuche es. Hier bin ich. Yes. Yes. Orders. Of course. My turn. Yes. Ha! Let's go. Yes. Okay. My turn. Orders. Ha! 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 Aber nicht jeder Part kann immer spannend sein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Und ciao.